Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 29. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1050 und heute mit den folgenden Themen. Quartalsberichte, TSMC, Unpacked-Event und Videoschnitt an mobilen Geräten. Ich starte heute mit Quartalszahlen. Google, Microsoft, alle haben sie rausgeschmissen. Schöne neue Zahlen, es geht vorwärts. Unter anderem dank Covid und Homeoffice haben viele Dienste, Cloud-Dienste, aber auch Neuanschaffungen ihren Fussabdruck in den Zahlen oder in den Kassen der grossen Firmen eingezogen. Auch bei Apple gab es ein neues Rekordergebnis. Die haben sogar die Börse oder die, wie heissen die Menschen, helft mir ganz kurz, Leute, die da tätig sind, übertroffen. Entschuldigung. Genau, über 81 Milliarden US-Dollar ist das Ganze, was Apple eingenommen hat. Also es ist ein Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Aber auch sonst, die Zahlen sind wieder mal unglaublich nach oben. Das iPhone und natürlich die Cloud ist da die treibende Kraft dahinter. Aktuell hat Apple über 700 Millionen Abonnenten ihrer Cloud-Dienste etc. Das sind natürlich schöne Zahlen. Und all diejenigen, die Aktien von Apple, Google, Microsoft etc. haben, werden sich in den letzten Tagen sicherlich gefreut haben über den starken Zuwachs. Der zweite oder die zweite Neuigkeit geht um Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder eben kurz gesagt TSMC. Das ist ein Chip-Hersteller aus Taiwan, wie der Name schon so schön sagt, der aktuell am eruieren ist, ob man eine Produktionsstätte in Europa eröffnen möchte. Und aktuell schaut es ganz stark so aus, dass das in Deutschland der Fall sein könnte. Wir dürfen mal gespannt sein, ob das eine Berichterstattung im trockenen Sommer ist oder war oder ob es dann wirklich schlussendlich so weit kommen wird. Wir werden es sehen. Grössere Änderungen stehen anscheinend im Hause Samsung an. Für den 11. August ist ein Unpacked-Event angesagt. Da soll es neue Geräte aus dem Hause Samsung geben. Im Normalfall, also seit vielen, vielen Jahren, kommt Anfang August, Mitte August, Ende Juli bei diesem Unpacked-Event das neue Note gezeigt. Das ist das grosse Flaggschiff-Smartphone aus dem Hause Samsung. Das mit dem S-Pen, mit dem Stift drin. Ein Gerät, was ich seit, ja, am Anfang nicht wirklich geschätzt habe und mittlerweile sehr schätze. Seit dem 10er-Modell, glaube ich, extrem fleissig damit rumarbeite und videoeditiere auf dem Mobile. Genau. Und ja, das soll jetzt anscheinend mal aussetzen oder zumindest nicht prominent an diesem Termin kommen, sondern an diesem Event sollen anscheinend neue Geräte der Z-Family, das sind die faltbaren Geräte, gezeigt werden. Das spezielle an diesen faltbaren Geräten soll sein, dass da, auch das wie die Gerüchte, ein S-Pen integriert ist oder mit dazu kommt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das kommen wird, wenn es dann überhaupt soweit kommen wird. Wir werden es sehen. Und wenn wir es schon gerade davon hatten, eben mobiles Video bearbeiten. Auf dem iPad gibt es da eigentlich neben iMovie nur eine ganz sichere Bank und das ist LumaFusion. Und die hat jetzt in der Version 3.0 neben zahlreichen anderen Neuerungen eine grosse und für mich extrem wichtige Neuerung erhalten. Neu ist es nämlich möglich, die Dateien, die man editieren möchte, und da habe ich ja teilweise wirklich 5, 6, 7, 8, 9 und 11 Gigabyte grosse Videodateien, direkt über die USB-C respektive Thunderbolt-Schnittstelle in die App zu bekommen. Bis anhin muss man immer den Umweg über Apple-Fotos machen und solche Geschichten. Das war ziemlich umständlich und hat bei mir nie wirklich richtig funktioniert. Neu funktioniert das mit direkten Zugriff. Und somit ist ganz klar, ich werde in Zukunft, wenn das alles so funktioniert, wie es der Hersteller sagt, fleissig Videos schneiden auf meinem neuen iPad. Und da freue ich mich extrem darauf. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen guten und erfolgreichen Start in den Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.